Zwei Mal Weltmeister, acht Mal Europameister und dann bei der letzten WM das frühe Aus im eigenen Land. Das tat weh. Aber sowas gehört dazu und macht uns nur noch stärker. Eine Garantie auf Erfolg, die hast du eben nie. Jetzt müssen wir wieder alles geben, alles wollen, dranbleiben und kämpfen. Genau so werden wir es machen. Trotzdem kann am Ende keiner garantieren, dass alle zufrieden sind. Wir auch nicht, aber auch wir arbeiten daran. Deshalb jetzt das kostenlose Girokonto mit 50 Euro Startguthaben und kostenloser Kreditkarte. Commerzbank, die Bank an ihrer Seite.